Musik 5, 4, 3, 2, 1, los! Ja, zum dritten Mal findet hier in der Brotfabrik der Berliner Impromaraton statt. Ein Treffen der freien Szene der spontanen Künste aus Berlin. Zwölf Stunden lang wissen sie nicht, was auf den Bühnen passiert, sondern müssen ganz spontan zu Vorgaben agieren und reagieren. Das Ganze erstreckt sich auf drei Bühnen plus Spezialbühnen daneben, so dass man die gesamten zwölf Stunden durchs Haus gehen kann und überall spannende Eindrücke über die Berliner Improszene gewinnen kann. Musik 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 Musik